Ich verpfalte einen Zug! Schön, wie ein Spielzeug! Wenn wir da einsteigen würden, könnten wir Klara besuchen. Und sie könnte uns besuchen. Hallo, Eisenbahn, bring uns die Klara! Hallo, Eisenbahn, bring uns die Klara! bung Berg! Klara! Klar, Klara! Klara! Kunne? Ja! Noch war es nicht so weit. Noch tobten Heidi, Peter und Klara nur in ihren Träumen gemeinsam über die bunten Blumenwiesen. Aber sie wussten, dass es eines Tages ganz genau so sein würde, wie sie es sich in ihrer Fantasie ausmalten. Sie wussten, dass dieser Tag kommen und dass es gar nicht mehr so lange dauern würde. Und sie freuten sich unbändig darauf. Ach, schade. Es war alles nur ein Traum. Ich depp, jetzt habe ich mir doch tatsächlich den Umhang ausgezogen. Zieh ihn schnell wieder an. Du holst es sonst eine Erkältung. Für einen Moment habe ich gedacht, sie kommt wirklich durch den Schnee gestapft. Schade. Unheimlich schade. Schade. Ach! Ah! 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 Untertitelung. BR 2018